Die Ausgangslage für das Projekt war, dass Raiffeisen ihre Grundstrategie überarbeitet hat und in einem fünfjährigen partizipativen Prozess die gesamte Strategie neu geschrieben hat und die Werte verankern wollte. Und Höhepunkt sollte ein Tag sein, wo alle Mitarbeiter der Gruppe zusammenkommen, gemeinsam feiern, gemeinsam arbeiten und produktiven Output produzieren. Eine grosse Herausforderung war, die richtige Location zu finden, in der 10.000 Leute im Dialog arbeiten. Wir haben einen Weg gefunden, konzeptionell, wie arbeiten wir mit 10.000 Leuten. Die Frage war aber dann, wie bringen wir die ganzen 5 Kilometer Trasse, 5.000 Lampen, 60 Lastwagen hin und wieder zurück, wie bauen wir das auf, wie bringen wir das funktionell durch und wie proben wir das aus. Die Wirkung war eine einzigartige. Die 10.000 Leute kamen in die Halle rein, haben das gespürt, das Wir-Gefühl und die Lichter gingen aus, alles wurde konzentriert und es entstand richtige Gänseirat.